1, 2, 3, 4... Füße, Füße, Fatsche... Füße, 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 Fatsche... Halleluja! Füße, 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 Füße... Sehr gut, Peter! Füße, 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 Füße... Morgen, Klaus! Morgen, Hege! Ja, alles klar? Ja, alles klar. Und bei dir? Ach, geht es, geht es. Geht's auch nicht? Ja, muss ja nicht... Ich weiß, wie wir's denn haben heute. Ja, ich überleg' gerade, ob ich überhaupt noch eine Zeitung kauf... bei dem internationalen Makakentum heutzutage, da weiß man ja gar nicht, ne? Die Zeiten haben sich ja geändert, ne? Ja, 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 ja. Aber Zeitungen muss man lesen, ne? Ja, nö. Meinst du nicht? Ja, wenn jeden Tag was anderes entsteht, dann ist das sowieso Quatsch. Ja, ja, wie du meinst. Kann man nur hoffen, dass er wiederkommt. Bist du einmal traurig auf der Welt? Sie fitze, fatze, wie es dir gefällt. Dann kommen Freunde von alleine. Die wollen alle mit dir fitze, fatze, fitze, fitze, fatze.